Giovannis Trading Chancen am Donnerstag, 20. Juni. Die FED hat gesprochen und der DAX dürfte heute weiter steigen. Einen Ausblick auf den DAX habe ich heute natürlich für euch vorbereitet. Ein bisschen was zu den Devisen. Glückwunsch zu den Trades gestern, diejenigen, die sie gemacht haben. Und natürlich habe ich auch die ein oder andere Aktie auf der Watch. Schaut euch das vollständige Video an. Dafür einfach, wie immer, für Giovannis Trading Chancen registrieren.